So, jetzt nimm das Ding hier mit. Hallo? Hallo? Geht keiner ran. Das ist ja verrückt. Nimm mit. Warum nimmt das Ding nicht mit? Was soll ich damit machen? Ich weiß es nicht. Können wir dann irgendwann mitmachen? Wie zum Beispiel Kleeblätter drauf? Ich weiß es nicht. Vielleicht brauche ich das noch. Ja, vielleicht aber auch nicht. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Hm, genug Zelleficat. Jetzt bringt alles nichts. Können wir Robert nicht sagen, er soll direkt an die andere Seite rangehen? Ich spreche mal mit Robert. Laura, wir haben uns drei Jahre nicht gesehen. Ich wünschte, wir hätten uns nicht so wieder getroffen. Hm. Toll. Klappe. Klappe. Basilien. Haak. Haak. Ich bin am Verzweifeln. Ich hätte... Ach, der Hut. Der Hut, der Hut. Wir müssen witzeln. Hut. Hut. Hut, 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 Hut. Für irgendetwas ist das sicher gut. Ja, zum Beispiel zum Mitnehmen. Juhu, wir haben den Hut. Was machen wir denn damit? Der Hut der Figur am Stadttor. Ja, und was machen wir damit? Nein, ich trau... Moment, was? Nein, ich trau mich nicht. Du trau dich nicht. Nein, natürlich, du bist auch ein Weichei. Hab mir dir eine Weichei-Schuppenklinik. Was machst du denn jetzt da unten an die Tür? Hä? Warte, sieh... Was? Warum holst du die Tür so an? Das mach ich nicht. Nein, das mach ich nicht. Und das hier? Das war doch jetzt geraten, oder? Nein, das war ja eine Verzweiflung. Das könnte Spaß machen. Ja, aber du magst keinen Spaß. Hab ich schon mitbekommen. Das wird nicht... Oh, Moment. Gehör. Vielleicht braucht man die Fernsprecher gar nicht, sondern... Der kann da reinsprechen. Moment. Ich hab ne Idee. Guck mal her, ich hab da was für dich. Du willst ja hier gehören so. Mach mal. Könnt ihr damit die Leute zusammentrommeln? Das Ding ist ja vorne zu. Da kann ich nicht reinsprechen. Ich sehe ein, das haben wir irgendwie nicht zu Ende gedacht. Wie der Ding ist ja zu. Ähm... Wie krieg ich denn da jetzt ein Loch rein? Ähm... Äh... Mh... Hark? Kannst du da noch ein Hacken? Der gehört doch zu der Figur am Tor. Das ist ja verrückt. Hack. Loch. Los. Hm. Hm. Wie kriegen wir da jetzt ein Loch rein? Das ist zu riskant. Hm. Ich will dich mal nicht so an. Nein. Das... Nein. Mach da mal ein Loch rein. Vielleicht kann ich die Flasche durch das hier ersetzen. Oh ja, mach mal. Hm. Oder vielleicht doch durch etwas anderes. Okay, wir müssen die Flasche durch etwas anderes ersetzen. Wie zum Beispiel durch einen Basilschweif. Vielleicht kann ich die Flasche... Hm. Hm. Oder vielleicht... Vielleicht auch durch einen Stofftickissen. Och. Oh, wie süß. Oh, wie süß das. Oh, ho, ho, ho. Och, Menno. Ich bin nicht auch müde. Toll. Jo, wir haben Schnaps. Nur für Erwachsene. Bin ich ja. Quasi. Habe ich denn den Wunsch schon mal ausprobiert, mit dem Kissen, dem da Kissen zu geben? Und da hat er gesagt, nee, ich trau mich nicht oder sowas. Hm. Hm. Ich bin sicher, es gibt eine andere Lösung. Hm. Hm. Ja, dann gehen wir mal nach oben und holen uns eine Chili. Hm. Ich habe vielleicht eine Idee, was wir mit dieser Chili machen können. Also wenn das hindert, was ich mir denke. Naja, aber... Guck mal. Hab Alkohol. Willst du auch? Bist du nicht erwachsen? Dieser hochprozentige Schnaps beweist doch eindeutig, dass ich verantwortungsbewusst genug bin, um die Chili zu kaufen. Oh ja. Viel Spaß damit. Könnt ihr mir die Kiste aufschließen? Den Schlüssel habe ich vernichtet. Ist doch viel zu gefährlich. Oh ja, toll. Aber was grinst du denn jetzt gerade so blöd? Das macht hier scheiß Kiste auf und haue ich dich. Alter, was habe ich denn? Mann. Die Chili muss wirklich gefährlich sein. Ja, die brennt sich gleich durch das Holz durch. Die bekomme ich so nicht auf. Mach auf. Könnt ihr mir die Kiste aufschließen? Den Schlüssel habe ich vernichtet. Guck mal hier. Ich habe einen Hut. Danke. Aber ich kaufe noch nichts. Pony? Ich habe eine Idee. Pass mal auf. Und zwar können wir vielleicht zwei Sachen an einem Ort machen. Und zwar nehmen wir erstmal den Hut und gehen zu diesem Windrad. Damit könnte ich das Windrad höchstens blockieren. Das bringt nichts. Nein, du sollst unten das Ding aufmachen. Und zwar, wenn wir hingehen. Pass mal auf. Wir spielen die Musik. Dadurch dreht sich das Windrad schneller. Los. So, gehen wir da raus. Und zwar, los geht's. Und die Kiste. Die Kiste. Das mache ich nicht. Wieso ist das denn nicht? Wieso? Warte. Hm. Bisschen. Wurstel. Okay. Gestutzter Hut. Der Hut ist an einer Seite offen. Erinnert mich an eine Flüstertüte. An einer Flüstertüte. Oh, ja. Eine Flüstertüte. Warum meint er die Flüstertüte? Muss man da rein flüstern? Ich habe gedacht, dadurch wird da der laut. Also müsste das doch erst eine Bulltüte sein. So gesehen, oder? Der ist nicht mehr dicht. Ja. Ja. Der Hut oder? Hm. Wir gehen mal runter. Der hat's doch nicht mal. Du, 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 du. Komm mal, Hut. Vielen Dank. Gerne. Und jetzt zeigt, was ihr drauf habt. Kommt alle zum Marktplatz. So hört die Wahrheit über die Basilen. Ich glaube, es kommt keiner. Entmutige ihn nicht gleich. Hm. Er hat doch recht. Ich habe getan, was ich konnte. Jetzt müsst ihr Emil besiegen. Matt. Ohne eure Vorarbeit wären wir gar nichts. Können wir jetzt gehen? Wow. Super. Hier hast du den Megafon-Gedöns. Oh, kommt keiner. Na ja. Ich habe getan, was ich konnte. Ich habe nichts getan. Wir haben euch, wir haben dir das Ding geholt. So eine Wurst. Bald geht's los nach Oberasposien. Ihr schafft das. Zeigt es, Emil. Ich werde hier weiter die Wahrheit verbreiten, ob die Leute sie hören wollen oder nicht. Wow, ihr seid so selbstlos. Ja, Mensch. Na ja. Ich gehe tief in die Berge, um den letzten Windmönch zu finden. Vielleicht ist der sogar gefährlich. Danke. Ohne eure Vorarbeit wären wir gar nichts. Und meine Freundin und ich müssen dann jetzt auch los. Können wir jetzt die Taube? Oh. Gefährlich. Schild. So, was können wir mit dem Schild denn machen? Was braucht denn überhaupt die unser... Unser ein... Ach, da muss jemand Silbernes haben. Der braucht ja eine Silbermähne oder irgendwie sowas. Startmodul. Wir haben ein Startmodul. Wir fliegen einfach mal nach oben. Mal gucken, was passiert, wenn wir ein Startmodul da reinhauen. Hm. Wir haben ein Startmodul. Hack. Hack macht sich an die Arbeit. Wir haben ein Startmodul. Und renn damit. Mist, die Memo-Muschel ist zerstört. Jetzt hört der Basil nicht mehr auf Befehle. So oder so bräuchte ich den Aktivierungssatz, damit er auf meine Stimme hört. Ein Zauberwort? Wie wär's mit... Bitte? Ach, Flötennase. Ich würde wirklich gerne in einer Welt leben, in der du König wärst. Wo sollen wir den Satz jetzt herbekommen? Mein Vater weiß ihn. Der hat diese Monsterviecher schließlich für Conroy konstruiert. Nur, weil er dich schützen wollte. Ja, und deswegen sitzt er jetzt bei Emil im Knast. Und muss wahrscheinlich die nächste schreckliche Waffe konstruieren. Ich wünschte, ich könnte mit ihm reden. Mama Dola hat ja auch mit mir über die Ferne gesprochen. Vielleicht kann sie auch Kontakt mit anderen herstellen. Wie mit deinem Vater zum Beispiel. Robert, das ist genial. Wir müssen sie herholen. Danke. Um den Basilen zu reparieren. Und den letzten Windmönch zu finden. Okay. Nächste Aufgabe. Wir müssen Mutter, Mutter, Döli hier herholen. Damit sie halt den Vater anrufen können. Und die kommt aber da nur raus. Wenn die wohl im Bingo gewinnen. Bedeutet, wir brauchen das Einhorn. Bedeutet, wir müssen das Einhorn fertig machen. Bedeutet, wir müssen gucken, wie wir an diese Kühlflüssigkeit rankommen, die extrem silbrig aussieht. Los, Hack. Abstand halten, Hack. Los, Hack. Das kann doch nicht sein, warum wir den Abstand halten. Wir können bestimmt die Kleeblätter da rein tun. Nein, können wir nicht. Ja gut, dann tun wir halt den Basilienschweif da rein. So. Das ging ja schon mal einfach. Leinfach ging das auf jeden Fall. Können wir das Startmodul nochmal mitnehmen? Wag es nicht. Ja gut, Entschuldigung. So, können wir die Augen da reinkribbeln? Können wir die Memo-Muschel reinschmeißen? Nein. Die Memo-Muschel können wir auch nur besprechen, wenn der Vater da ist, damit er uns den Satz sagen kann. Die Schillikiste. Wie kriege ich diese Schillikiste auf? Schillikiste. Wir brauchen eine Schlüssel oder irgendetwas, damit wir das aufmachen können. Aber ich habe keine Ahnung mit was. Überflüssige Deko. Ja, kannst du nicht so Robert sagen. Überflüssige Deko. Was sagst du denn, was warst du Robert dazu? Lametta. Ich liebe Lametta. Früher war auch mehr davon. Ja, früher war mehr Lametta. Da lasse ich lieber die Finger von. Was? Von Laura? Auf einmal? So, wir gehen mal los. Tschüss. So, wir haben einen Schweif. Und da gucken wir mal, was wir machen können. Guck mal, wir haben da was ganz Tolles für dich. Wir haben da voll dir tolle Geschenk für dich. Guck da mal. Schau mal. Das glänzt doch hervorragend. Dankeschön. Bitte. Ich reiße es auseinander. Dann hast du etwas für deine Mähne und deinen Schweif. Dankeschön. Oh, was ist das? Danke, Leute. Wuhu. Ich werde den Bingo-Ball so hart treten, dass die Enkelkinder vom Ansager nach der Zahl benannt werden. Was? Die anderen Pferdchen werden sterben vor Neid. Sie werden geblendet sein von meiner Mähne. So, dass ihnen die Augen weggokeln und die Haare ausfallen. Und dann bin ich das einzige Bingo-Pferd. Und die anderen sitzen hier und sehen richtig hässlich aus und dürfen nicht mitspielen. Wie Robert guckt, ey. Fünfer Dresche! Wir haben ein Monster erschaffen. Ja, aber ein hübsches Funkeln, das... Ja, nun, jetzt ist zumindest der Platz frei. Können wir hier noch was machen oder gehen wir einfach mal runter? Ja. Können wir mit ihm noch mal unterhalten? Jetzt gehen wir mal runter. Fahren nochmal. Hey, du! Hallo, ich habe ein paar Fragen für euch. Ja, natürlich. Danke, immer her damit. Ja, Mensch, guck mal, wir haben da eine Frage. Zum Beispiel haben wir die Frage, wie wollen wir gehen? Auf Wiedersehen. Beehrt uns bald. Machen wir. Tschüss. Geh runter. Geh runter, Bernd. Bernd sage ich schon. Robert. So. Wen haben wir denn hier? Was ist denn da oben passiert? Da oben ist Feuerwerk gewesen. Kommen wir da hier drin? Ich weiß es nicht, aber hier oben war Feuerwerk. Party! Ich glaube, da hat jemand gewonnen. Die Bingo-Party scheint vorbei zu sein. Hm. Warum? Zu weit weg. Okay, Hack. Du bist dran. Hack auf das Fenster rum. Los, Hack. Super, Hack. Du bist der Beste. Toll. Okay. Ähm. Können wir die Tür auf? Scheint eine geschlossene Gesellschaft zu sein. Ach, Menno. Ich habe gedacht, wir können den Bingo-Typen sehen. Ich würde keinen Bingo-Typen sehen. Hm. Symbole. Hm. Können wir hier nichts machen? Wo ist denn jetzt hier auch mal hin? Oh, hier. Ich habe auch mal so umgegangen. Hier, gehen wir mal gucken, wo auch mal ist. Komm mal. 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 Vielen Dank.